Die Vortragsreihe Demokratie am Scheideweg findet ihre Fortsetzung mit einer weiteren Veranstaltung in der Universität Erfurt. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Roland Jahn, war diesmal zu Gast in der Landeshauptstadt. Er gab einen kurzen Abriss über die Geschichte der Menschenrechte und berichtete zudem über seine persönlichen Erfahrungen mit der SED-Diktatur sowie über die aktuelle Arbeit seiner Behörde. Das ist das, was mich beschäftigt, sozusagen eine DDR mit den verschiedenen Gesichtern, eine DDR, wo es Menschenrechtsverletzungen gab und gleichzeitig aber viele Menschen sich angepasst haben. Ausgewiesene Fachleute aus den Bereichen Kommunikation und Forschung schaffen ein thematisches Netzwerk zwischen Medien, Wissenschaft und Politik. Die nächste Veranstaltung findet am 10. Januar 2019 im Plenarsaal des Thüringer Landtags statt. Dann wird die MDR-Intendantin Prof. Dr. Carola Wille sprechen.